Ein Ford Transit System steht hier zum Verkauf. Der schwarze Van ist fünftürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Einparkhilfe, Bluetooth, Tempomat und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Auf 100 km liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 7,3 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Absolutt. Ständig 121 c. Die Blaz die Streckel und 121-Jusgüste USP, 2017 die Größte支 besterung. Vielen Dank.